Nervenkitzel am Montag. Warum wird ein Mensch zum Mörder? Es war bestimmt nicht geplant. Das ist das Tatwerkzeug. Worin hat das Böse seinen Ursprung? Petra wollte, dass sie so wird, wie sie auch ist. Hart und brutal. Ich versuche, Taten, die uns zutiefst erschüttern, zu erklären. Joe Bausch geht auf Spurensuche. Im Kopf des Verbrechers. Immer montags um 22.10 Uhr bei SAT.1 Gold. S� dieta. Hinitable.